Von meinem Handy angefangen, ohne dem ich wahrscheinlich nicht mehr viel als zweites Hirn benutze und nicht mehr gut auskommen würde, bis natürlich auch die ganzen Apps und die ganzen digitalen Applikationen, die da drauflaufen. Ich liebe Procreate, die App fürs iPad, für Brushlettering am iPad und Bildbearbeitungstools, das sind so meine Favorites. Am häufigsten verwende ich Instagram, Facebook und alle möglichen News-Plattformen. Auf jeden Fall mein Handy, mein MacBook und die zwei reichen eigentlich schon. TV gucke ich nicht, Autoradio mit CD-Player. SMS, E-Mail und Telefon. Digitale Tools verwende ich, meine Laptop am meisten wegen der Arbeit, weil ich den 10 Stunden lang vor mir stehen habe. Das zweite ist mein Handy, da habe ich aber zwei, ein Firmenhandy und ein privates. Und zu Hause habe ich auch noch einen Laptop, also eigentlich zwei Laptops. Ich verwende einerseits Slack sehr viel, wegen meiner Firma und andererseits Instagram, also soziale Medien natürlich im Allgemeinen. Tools verwende ich dann noch, Wunderlist und sonst, also genau, Facebook, Instagram natürlich, Snapchat, solche Dinge, also soziale Medien vor allem. Also ich glaube, es ist relativ klassisch, so diese Instagram, WhatsApp und E-Mail wahrscheinlich auch sogar noch, das sind so die wichtigsten. Also ich verwende E-Mail, wenn ich aktiv bin, SMS, ich habe keinen Twitter, keinen Facebook-Account, das glaube ich brauche ich nicht, so wichtig bin ich nicht. Und passiv verwende ich Zeitungen, Zeitschriften, online und international. Also die wichtigsten Tools, die ich verwende, sind definitiv Instagram, WhatsApp noch. Ansonsten eigentlich noch das gute alte Telefonieren, doch, weil es am simpelsten ist.